...Hießgrube hinter der Hütte. Sein Interesse für die Geschehnisse in Schweden und in der Welt hatte sich Allan aus seinen Tagen als Laufbursche bewahrt. Mindestens einmal pro Woche schwang er sich auf sein Fahrrad und fuhr zur Bibliothek in Flehen, um sich wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Dort lernte er diskussionsfreudige junge Männer kennen, die Allan zu gern in ihre politischen Bewegungen gelockt hätten. Doch so sehr sich Allan für alles interessierte, was auf der Welt passierte, so wenig interessierte er sich dafür, selbst mitzumachen und Einfluss zu nehmen. Seine Kindheit war ja in höchstem Maße politisch geprägt gewesen. Einerseits stammte er aus der Arbeiterklasse, andererseits respektierte er die Erinnerung an seinen Vater und der hatte während seines allzu kurzen Lebens ja alles Mögliche geglaubt. Die Mutter hingegen hatte zwischen ihren Hustenanfällen alle verflucht, die ihr einfielen, vom König bis zu den Bolschewiken und nicht zuletzt Alans Vater. Alan selbst war alles andere als ein Dummkopf. Er war zwar nur drei Jahre zur Schule gegangen, aber das reichte ja voll auf, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Was die Lebensphilosophie des jungen Alan jedoch auf immer prägte, waren die Worte, die seine Mutter gesagt hatte, als sie die Nachricht vom Tode ihres Mannes bekam. Es dauerte zwar eine Weile, bis sie ganz in das Bewusstsein des jungen Mannes eingesickert waren, aber dann stand dieser Satz dort für alle Zeiten. Es ist, wie es ist, und es kommt, wie es kommt. Alan schuftete für seine Dynamitfirma und baute sich in den frühen Zwanzigern einen beträchtlichen Kundenstamm in ganz Sörmland auf. Am Samstagabend, wenn seine Altersgenossen zum Tanz gingen, blieb Alan zu Hause sitzen und bastelte an neuen Formeln, um die Qualität seines Dynamits zu verbessern. Und am Sonntag ging er zu seiner Kiesgrube und führte Probesprengungen durch. Er fühlte sich allein recht wohl, und das war auch gut so, denn er lebte ziemlich einsam. Da er sich nicht der Arbeiterbewegung anschloss, verachtete man ihn in sozialistischen Kreisen, doch er war zu sehr Arbeiter und Sohn seines Vaters, als dass man ihn in irgendwelchen bürgerlichen Salons empfangen hätte. In denen saß außerdem Großhänder Gustafsson, und der wollte auf keinen Fall Umgang mit der Karlsson-Rotznase pflegen. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn der Kerl am Ende noch aufschnappte, was für einen Preis Gustafsson für dieses Ei bekommen hatte, dass er Alans Mutter für einen Spottpreis abgenommen und an einen Diplomaten in Stockholm weiterverkauft hatte. Dank diesem Geschäft war Gustafsson jetzt der dritte stolze Automobilbesitzer der Gegend. Aber das Glück lachte Großhändler Gustafsson nicht so lange, wie er es sich gewünscht hätte. Eines Sonntags, im August 1925, machte er sich nach dem Gottesdienst mit seinem Auto zu einem Ausflug auf, dummerweise schlug er den Weg ein, der direkt bei Alan Karlsson in Uxhild vorbeiführte. Vor der Kurve bei Alans Hütte musste Gustafsson nervös geworden sein. Oder vielleicht mag auch Gott oder die Vorsehung irgendwie eingegriffen haben. Jedenfalls bockte die Schaltung und Gustafsson fuhr mitsamt seinem Automobil geradewegs in die Kiesgrube. Es wäre schon schlimm genug gewesen, wenn Gustafsson sich einfach nur auf Alans Grund und Boden hätte begeben und eine Erklärung abgeben müssen. Aber es sollte viel schlimmer kommen. Gerade als Gustafsson sein hochglanzpoliertes Automobil zum Stehen gebracht hatte, führte Alan nämlich die erste Probesprengung an diesem Sonntag durch. Der junge Karlsson war hinter dem Plumpsklo in Deckung gegangen und sah und hörte nichts. Dass irgendwas schiefgegangen sein musste, wurde ihm erst klar, als er zur Kiesgrube kam, um die Resultate der Sprengung in Augenschein zu nehmen. Da lag das Automobil des Großhändlers über die halbe Grube verteilt und hier und da auch Teile des Großhändlers selbst. Der Kopf des Großhändlers war kurz vor dem Wohnhaus ganz weich auf einem kleinen Rasenstückchen gelandet. Dort lag er nun und richtete seinen leeren Blick auf das Bild der Verwüstung. »Was hatten Sie in meiner Kiesgrube zu suchen?«, fragte Alan. Der Großhändler antwortete nicht. In den nächsten vier Jahren hatte Alan genug Zeit, um zu lesen und sich ausführlich in die gesellschaftlichen Entwicklungen einzuarbeiten. Er wurde umgehend eingesperrt, obwohl man gar nicht so leicht hätte sagen können, wofür eigentlich. Nach einigem Hin und Her landete Alan in den Klauen des Rassebiologen Professor Bernhard Lundborg in Uppsala und wurde zwangssterilisiert aufgrund eugenischer und sozialer Indikationen, was bedeutete, dass Alan ein wenig zurückgeblieben war und dass noch genug von seinem Vater in ihm steckte, dass der Staat ein Recht hatte, jede weitere Fortpflanzung der Familie Carlson zu unterbinden. Die Sterilisierung an sich störte Alan nicht so sehr. Er fand sogar, dass er in Professor Lundborgs Klinik sehr freundlich aufgenommen worden war. Dort mußte er ab und zu Fragen zu allen möglichen Themen beantworten, unter anderem, warum er Dinge und Menschen in die Luft sprengte und ob seines Wissens Negerblut in seinen Adern floss. Darauf erwiderte Alan, dass es ihm zwar freudebereite, eine Ladung Dynamit hochzujagen, dass er aber schon einen gewissen Unterschied zwischen Dingen und Menschen sehe. Einen Stein zu spalten, der einem im Weg stand, könne sich ganz gut anfühlen. Wenn einem aber statt eines Steins ein Mensch im Wege stehe, reiche es nach Alans Erachten, den Betreffenden zu bitten, ein Stück zur Seite zu gehen. Ob Professor Lundborg nicht derselben Meinung sei? Bernhard Lundborg wiederholte die Frage nach dem Negerblut. Alan antwortete, »Das könne man nicht wissen, aber seine Eltern seien ebenso weishäutig gewesen wie er.« Er fügte hinzu, dass er unheimlich gern mal einen richtigen Neger sehen würde, für den Fall, dass der Professor zufällig einen auf Lager haben sollte. Professor Lundborg und seine Assistenten machten sich ihre Notizen und brummten etwas in sich hinein, und dann ließen sie ihn wieder in Frieden, manchmal sogar für ein paar Tage. Diese Tage verbrachte Alan dann mit unterschiedlichster Lektüre. Zum einen las er natürlich die Tageszeitungen, zum anderen aber auch Literatur aus der bemerkenswert umfangreichen Krankenhausbibliothek. Dazu kamen noch drei Mahlzeiten täglich, eine Toilette im Haus und ein eigenes Zimmer. Alan fühlte sich wohl in seiner Zwangsbetreuung. Nur einmal wurde die Stimmung getrübt, als Alan nämlich den Professor neugierig fragte, was denn eigentlich so schlimm daran sei, wer an einer Neger oder Jude war. Ausnahmsweise antwortete der Professor nicht mit Schweigen, sondern brüllte, dass Herr Karlsson sich gefälligst um seinen eigenen Kram kümmern und sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute mischen solle. Die Jahre gingen ins Land und die Befragungen wurden immer seltener. Dann gab der Reichstag eine Untersuchung zur Sterilisierung biologisch minderwertiger Personen in Auftrag, und als der Bericht veröffentlicht wurde, verschaffte er Professor Lundburgs Tätigkeit einen solchen Aufschwung, dass Alans Bett von anderen benötigt wurde. Im Frühsommer 1929 wurde Alan also für rehabilitiert erklärt und auf die Straße gesetzt. Man drückte ihm ein Taschengeld in die Hand, das mit Mühe und Not für den Zug nach Flehen reichte. Die letzten zehn Kilometer nach Uexfield musste er zu Fuß gehen, aber das machte Alan nichts aus. Nach vier Jahren musste er sich auch mal wieder die Beine vertreten. Montag, 2. Mai 2005 Im Handumdrehen stand die Nachricht von dem alten Mann, der sich an seinem 100. Geburtstag in Luft aufgelöst hatte, auf der Titelseite der Lokalzeitung. Da die Reporterin ganz ausgehungert nach echten Neuigkeiten aus der Gegend war, hatte sie hinzugefügt, dass eine Entführung nicht auszuschließen sei. Das Lokalradio stieg ebenfalls darauf ein, gefolgt von landesweiten Radiosendern, der schwedischen Nachrichtenagentur TT, den Online-Ausgaben der wichtigsten Tageszeitungen sowie den Fernsehnachrichten, die am Nachmittag und Abend noch gesendet wurden. Der Polizei in Flehen blieb nichts anderes übrig, als den Fall dem Landeskriminalamt zu überlassen, welches zwei Streifenwagen sowie einen Kriminalkommissar Aronsson in Zivil schickte. Diese bekamen bald Gesellschaft von diversen Reporter-Teams, die ihnen halfen, die ganze Gegend auf den Kopf zu stellen. Das ansehnliche Medienaufgebot nahm der Landespolizeichef zum Anlass, die Arbeit vor Ort höchstpersönlich zu leiten, in der Hoffnung, dabei vielleicht von irgendeiner Kamera gefilmt zu werden. Er organisierte Suchtrupps mit einer Hundertschaft Freiwilliger aus der unmittelbaren Umgebung und war aufrichtig erstaunt, als die Suche ergebnislos verlief. Trotz der Zeugenaussagen, die dem Alten bemerkenswerte Rüstigkeit bescheinigten, war er nämlich bis zu diesem Moment ganz sicher gewesen, dass sich hier, wie so oft, einfach nur ein dementer Alter verirrt hatte. Die Ermittlung lief also erstmal ins Leere, bis abends um halb acht der aus Eskilstuna angeforderte Polizeihund eintraf. Das Tier schlüffelte kurz an Allens Sessel und an den Fußspuren im zertrampelten Stiefmütterchenbeet vor dem Fenster, bevor es in Richtung Park loslief und dann immer weiter, bis es schließlich vor dem Wartesaal des Reisezentrums stehen blieb. Die Tür war abgeschlossen. Von einem Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft erfuhr die Polizei, dass das Reisezentrum werktags um 19.30 Uhr seine Pforten schloss. Aber wenn die Polizei absolut nicht bis zum nächsten Tag warten könne, dann könne man dem Kollegen sicherlich einen Hausbesuch abstatten. Der Mann heiße Ronny Hult und stehe bestimmt im Telefonbuch. Während der Landespolizeichef vor dem Altersheim vor den Kameras stand und verkündete, dass man auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen sei, um auch abends und nachts die Suche fortsetzen zu können, fuhr Kriminalkommissar Göran Aronsson zu Ronny Hult und klingelte. Doch Ronny Hult ging nicht an die Tür. Er saß bei heruntergelassenen Jalousien im Schlafzimmer und umklammerte angstvoll seine Katze. »Geh weg!«, flüsterte Ronny Hult. »Geh!« Und das tat der Kriminalkommissar am Ende auch. Zum einen glaubte er nämlich, was auch sein Chef zu wissen meinte, dass der Alte nämlich irgendwo in der Umgebung umherirrte. Zum anderen fand er, dass der Mann nicht unmittelbar in Gefahr schwebte, wenn er sich wirklich in einen Bus gesetzt haben sollte. Um 21.02 Uhr nahm die Notrufzentrale der Landespolizei folgenden Anruf entgegen. »Ja, hallo, mein Name ist Bertil Kahlgren und ich rufe an, weil, also meine Frau Gerda Kahlgren war ein paar Tage in Flehen. Jedenfalls wollte sie dann heute wieder nach Hause fahren und hat den Bus am frühen Nachmittag entnommen. Naja, wahrscheinlich hat das alles überhaupt nichts zu sagen. Meine Frau meint auch, das hat nichts zu sagen. Aber wir haben vorhin im Radio von diesem verschwundenen Hundertjährigen gehört. »Vielleicht haben Sie ihn ja sowieso schon gefunden, nicht? Naja, also meine Frau sagt, da ist in meinen Schöpping ein uralter Mann zugestiegen, der hatte einen riesigen Koffer dabei. Aber das Komische war, dass, ja, also, naja, der Alte ist mit seinem Riesenkoffer schon auf halber Strecke ausgestiegen, so quasi mitten im Wald.« Der Anruf wurde aufgezeichnet, transkribiert und in das Hotel gefaxt, in dem der Kriminalkommissar während seines Außeneinsatzes in meinem Schöpping untergebracht war. Montag, 2. Mai bis Dienstag, 3. Mai 2005. Der Koffer war bis an den Rand mit Geldbündeln aus lauter 500 Kronenscheinen gefüllt. Julius überschlug die Summe kurz im Kopf. Zehn Reihen waagerecht, fünf senkrecht. Jeder Stapel 15 Bündel zu jeweils bestimmt 15.000... 37,5 Millionen, wenn ich richtig gerechnet habe, sagte Julius. »Na, das nenne ich mal einen Haufen Geld,« meinte Alan. »Lasst mich raus, ihr Schweine,« brüllte der junge Mann im Kühlraum. Er veranstaltete einen riesen Krach. Angesichts der überraschenden Wendung der Ereignisse mussten sich Alan und Julius erst mal gedanklich sammeln, aber das ging einfach nicht bei diesem Lärm. Schließlich beschloss Alan, dass der junge Mann vielleicht mal eine Abkühlung brauchte, also stellte er den Kühlgenerator an. Es dauerte nicht lange, da merkte der junge Mann, dass sich seine Situation verschlechtert hatte. Er verstummte und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Klare Gedanken lagen dem jungen Mann sowieso nicht unbedingt und im Moment hatte er obendrein noch unbeschreibliche Kopfschmerzen. Nachdem er ein paar Minuten gegrübelt hatte, war er immerhin zu dem Schluss gekommen, dass er sich weder durch Drohungen noch durch Tritte aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Blieb also nur die Möglichkeit, den Chef anzurufen. Der Gedanke war grauenvoll, aber wie es aussah, konnte die Alternative nur noch um einiges schlimmer aussehen. Danke. Vielen Dank.